Nein, sind wir nicht. Doch, jetzt laufen wir jetzt gerade wieder rein. Nein, sind wir nicht. Doch! Nein, sind wir nicht. Natürlich nicht. Wir machen nur eine Grösung, wir machen nur eine Grösung. Verstanden? Jetzt sind wir wieder gewesen. Jetzt! Ist dir das doch auf der Karte, mein Junge? Ich habe dieses Bonus-Ziel unten. Wird mir angezeigt. Warte, warte. So, was machst du? Da unten? Da war er. Und das habe ich jetzt, äh... Da unten, müssen wir runter. Da ist doch noch mehr, Herr. Nicht da unten. Komm. Ich brauche, Herr. Ja, das macht man schön alleine. Irgendwann muss auch mal wachsen werden und das hier selber auch zu kriegen. Aber das gehört nicht mehr zum Bonus-Gebiet hier. Doch, das gehört zum Bonus-Gebiet. Nein, ich höre. Ja. Ja. Und sonst so? Ja, das gehört dazu. Hm. Ja. Ich hab grad Jesus gesehen. Ich würd dich gerne so schlagen, einen. Kann ich nicht greifen. Kann ich nicht greifen. Mich schlagen, ja. Ja, schlagen. Du und welche Armee? Wer will mich denn kaputt hauen? Kann doch keiner. 90 Prozent sind wir. Ey, ich wollte grad die Rune klicken. Klick doch nicht immer, wenn ich da schon klicken will. Drauf. Hast du hier gehört. So, ich mach die Rune da. Dann wird mir alles weggeklaut hier, ey. So. Wann ist das so? Waren wir da schon drin? Wo ist denn... Waren wir da schon drin? Weiß ich nicht. Wann ist das so? Warte was? Hallo? Hallo? jetzt weiter kämpfen hier so macht man klar hier bei der Hilfe und sonst nur mit schulden 90 Prozent nicht nix doch da ist da kannst du klopfen das Erz weiß ich doch wollte gerade rein die ist doch heute ungeholfen wie das bin ich ungeholfen unbeholfen ja und weißt du komm du Kohl siehst du den hätten wir machen können jetzt war schon andere dran weil du so langsam bist mich verwehren die sind ne ich mach jetzt hier diese Rune mach doch die Rune ich geh' kenten ja das ist doch auch welche direkt von mir und was er ist um sie ist sehr fertig habe ich auch gesagt ja jetzt müssen wir müssen wir nur noch die eine festmachen so sieht das aus mhm dann bitte Navi an ja ja pull doch noch was dir tut das nicht weh also ich bin das mit ihm scheiße wir kommen sie die dritte als weiß ich nicht vorhin das Raum und guter hier ja ich bin falsch hier ich er mir ist nur jetzt in der zweiten Weg irgendwo muss es doch sein da Ja, sag du doch hier. Ist doch schon wieder falsch. Ach ne, wir müssen den Schlüssel erst. Ja, habe ich doch gerade gesagt. Ne, hast du gar nicht. Ich dachte, Schlüssel, aber du quatsch ja ständig drüber, wenn ich was sage. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Jetzt gehen wir nämlich hier rüber genau dort, ja. Kannst du bitte eine Klappe halten? Ich hätte meine Klappe jetzt nicht. Da habe ich keine Lust zu, ja? So, kommt ihr drauf, oder? Oh Gott. Jetzt kümmere ich mich um den Wächter, der mir das angefahren hat. Okay, das fällig. Ich bin... Nein, komm zurück! es gibt hier einen Cape und schon wieder so ein Artefakt mit Beweglichkeit auch gewertet wurde das echt? mhm Wunderbar das Ding jetzt hier da kommt und zeigt was ihr könnt Nachtklebe hat sich etwas verändert wir sind auf euch vorbereitet ok mhm ok mhm 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 auch mhm 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 sein, ne, was? Ne, also, das fällt mir nicht mehr zu einten, oder sag mal. Das hast du nicht anders verdient, ne. Was?! Was?! Hä, komm mal klar mit deinem Leben, ja, alter! So, was haben wir denn hier? Ach, die hat jetzt einfach nur zurückgeflogen, jetzt, ne? Hm. To night essay. So, und jetzt gibt's nette Geschenke hier. Fürst Illidan kennt ihr, ich kann euch sehen. Na, was nehm ich denn jetzt für ein Artefakt hier? Hm. 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 Oh, aufgewertet. Hm. Bei dir aber auch? Oder was? Ja. Ja. Oh, auf Lila. Ja. Nö. Hä? Na wohl nicht aufgewertet. Nein. Wie jetzt ich weiß! Gott. Was?! Ey, machst du dich lächerlich über mich, oder was? Ja. Lustig über mich, so. Lächernlich über das. das Stoß sich hier ist nun der Tüte und Prozent und zippeln und sich noch nicht reichen und hier ist eine Kürze aber der Union genommen es sind es gibt Sprechen mit Erzmann der Kackgabe und sich weiß jetzt dürfen wir jetzt dürfen wir was wir können uns bewegen jetzt ach so und dann führer und nicht was die Brunnen gibt noch keine Karte meine Karte ist so alt, es sind nur alte Gebiete, die es dann gibt ich muss mal gucken ok sicher, dass der richtige Weg ist? ja, wir laufen jetzt zu den Drachen aber es ist doch irgendwie anders, als wenn man mit dem Jäger spielt es ist ja verlaufen wie anders doch, ich hab das doch gestern gemacht das hätte ich ganz andere Quiz das ist nicht anders es ist nicht anders ich sag dir, das ist wirklich so, ich hab das doch gestern hier alles gemacht da hatte ich das gar nicht mit dem Drachen, ich hab den Drachen nicht ein einziges Mal gesehen ne da war ich dann irgendwann bei dem Naga da war ich dann irgendwann bei dem Naga hier was soll ich glaube nicht, dass sie im Wasser sind, wir müssen gehen sie nachher ins Wasser äh schmeißen, hier ist irgendwo eine Hölle ich weiß nicht, ob das die oder die andere machen, was irgendwie hier so weh hier sind zwei Höhlen, aber ich glaube das ist ne eine ist noch weiter oben ne 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 das ist dann die andere weiter oben, ne ich weiß das nicht mehr jetzt wolltest du sein hm hm ja, irgendwo hier so ne, ich glaube nicht hier ja, aber hier wird doch so ein knisterner Leiburm umkehren wird doch hier so angezeigt ne, hier ist sie nicht hier in dem Gebiet ja, aber hier ist irgendwie die Hölle und hier geht's ja auch noch weiter, oh ok, aber hier nicht oh bin ich, dass sie das ist die ist du musst runter da endlich wo 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 da wo wo n nur n hier wo Weißt du, wie die Dinge aussehen? Äh, genau so Gute, alter, was ist das? Getaktiv und so alt, ne? Oh, so viel zum Puppen, ne? Ich hab nicht mal einen Kern, wie lange soll's da draufknoppeln? Ja, hier muss man Zeit Das sind wieder diese typischen Zeitverschwendungsquests, damit der Spieler länger irgendwie beschäftigt ist, ne? Gute? Ja Ich hab einen Ich hab zwei schon Oh, zwei Hä? Mhm Rein Rein Ja, ich hab doch schon geklickt, hallo? Denk doch nicht immer, dass ich das bin, der nicht draufklickt Oh, ne Oh, ne Doch, ganz genau Oh, ne Einer ist schon abgehauen Ja, kein Wunder, echt jetzt Ja, kein Wunder Oh, mein Sag doch nicht, ich auch Wir waren gestern 85 Mal hier drin Wir waren gestern 85 Mal hier drin Wom verarschen diese Person? Wom verarschen diese Person? Wom verarschen diese Person? Nein, äh Hm Wie sie den verarschen, ne? Wieso hab ich den mitgehabt? Wahrscheinlich, weil du schon bekommen hast Dann geht mal Hm Irgendwas stimmt nicht mit mir, echter Hm Hm Ich bin ganz unten in dem Also laut meinem Recount ist da noch einer unter dir Hat mich das beruhigt Ja, der Heiler Nein, du bist ja lustig Nein Das ist irgendwie abgelenkt, weil ich da hingekriegt Irgendwas, was mach ich denn falsch? Aber auch mit dem Jäger Hm Vielleicht wirst du langsamer Ich weiß es nicht Ich sag mal, solange ich immer erster bin, halt gut, ne? Ja, deswegen Wenn ihr halt Zocker seid, dann ist das halt so Du bist ja Du bist ja Das ist ja wie es bei mir abgeht hier, ne? Siehst du das? Was bei dir abgeht? Ja, wie krass ich bin. Ah. Rasierter. Bitte wie? Rasierter was? Das ist das wichtigste, meine ich. Wieso? Das ist irgendwie rasierter. Das ist bei dir abgeht. Ja, bei mir darfst du auch abgehen oder nicht? Ja, nur bei dir. Hallo, ist doch nicht meine Schuld. Ich hab noch nie so einen Ergäusten. Ich hab noch nie so einen Ergäusten. Ich hab noch nie so einen Ergäusten. Ich bin auch ein Progamer. Ich bin auch ein Progamer. Ich bin auch ein Progamer. Ich hab noch nie so einen Ergäusten. So, guck jetzt, mach den alleine Guck mal, wie ich das mache Dann rumpst die auf die Glocke Ah, hat keiner gekickt, siehste Und so und so Wenn mir alles gut Super Eigentlich hasse ich diese irgendwie... Ich kann sie auch nicht sehen Das ist wie früher und mit der alten Violeten Festung Wie wird man da reingekommen, komm auch nicht mal sehen, Scheiße, ey Ach, wer ist er denn? Ah, den hat man auch noch nicht, ne? Oder doch Und, Prinzessin Ach, toll, toll, ruck Ach, komm ich glaube die kriegt die ganze leben durch diese märmiden kann das sein ich weiß es nicht oh tits jetzt versteht er das man muss aus dem scheiß da rausgehen aber im Ernst so krass ist die jetzt auch nicht mehr das ist jetzt sehe ich gerade diesen Hahn da den hätte ich auch mal betätigen können was ist ja diesen Hebel da oh was habe ich denn bekommen hier oee das ist mir jetzt 32 kriegt das ist mir nicht mehr hm 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 ja komm ich mach bitte hier nicht Zeit neues Portal bald ob du mich nicht deutsch oder neues Portal bald folgen hmm ... ри das das ist ja noch einer, mein Gott Entschuldigung, wer ist denn einer? ne? mhm Jaaa Woop Ah die fresse Hier zu drüben, hier zu drüben, hier zu drüben, hier zu drüben, hier zu drüben. Das ist toll. Ich habe kein Ziel Ja Laufforist Ich bin betäubt irgendwie Warum? Weil du zu gut bist Spare mal diese Sachen Wer merkt sich das? Du bist so missgünstig Finde ich nicht Ich bin beträubt Ich bin beträubt hier Ich bin beträubt Jetzt kommt ihr da oben Da hat mich hin Cari Ja Hm Ich bin beträubt Ich bin beträubt B2 weg Mann, guck mal, ich kann nicht ran an den Penner hier Hey, wo bin ich denn jetzt hier? Ich hätte mich aber runtergeschmissen irgendwo, ne? Hm, ne? Da kann ich den nicht mal rausziehen, da Puh Nein Ja 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 Ähm Ja 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 Ich Ich nimm sie ich hab gar nicht rumgeguckt Meisterschaft Götigkeit cool ihr benötigt Stufe 109 und? du nimmst alles, das ist ja typisch ne? Tja, von wem hab ich das wohl gelernt? ja nicht von mir 109 bin ich ja gleich bald bitte hm 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 wof und so mhm 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 so kommt Endpost hier, das nervt jetzt kommt noch der Kommandant, genau ja, habe ich mich mal erzählt, mein Gott oh du Gott, wie mir mal passieren, eben drückt den Besten Program of the Universe siehst du, hast du was falsch gemacht, ich war nicht betäubt also nicht lange, sag ich mal so ne so wartet hier, ich mach das fertig oh oh Alter, wieso macht ihr nichts, wenn der mich angreift hä ich schmeiß ja gleich alle raus hier oh 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 das ist der der einen immer opferte wo die letzten so langsam war wasser wo ich sofort sagt nein ich bin nicht drunter nein das ist der highlight der drunter ist doch ich war drunter ich wusste du wirst nicht helfen wenn ich so egoistisch ich helfe doch jedem ich frage mich gerade ob das immer derselbe endpost ist ich habe das jetzt gar nicht so beobachtet also gestern war es aber ist der auch der davor weiß ich nicht wo ist es noch eine kohle oben in kathol im grünen gründen die habe ich auch geholfen er ist ja gut vielen dank dafür ich habe auch uns das habe ich bekommen schriftung der angespannten sehnen in nur die artefakt st er nö 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 aus schnell wickel nun der katt machten nö kattengro ich habe den kauf Kannst du go? Musst du AA? Aber... Was? Nee, nee. Musst du AA machen, ja? Nein. Okay, also Kaiser Franz geht jetzt erstmal AA machen. Ja, ich hab Durchfall. Ja, Durchfall. Und Periode und so Zeugs, ne? Ja, alles alleine. Und möchte mich jetzt gerade befriedigen. So, also ich muss auch mal pinkeln. Was ist los mit hier, Mann? Ich bin nur noch komplett im Kopf. Ja.